Die Schlacht bei Bonne-la-Rollande am 28. November 1870 zwischen dem XX-Chor und dem 18. Chor der französischen Loire-Mais einerseits und dem deutschen X-Armee-Chor andererseits war eine Schlacht des deutsch-französischen Krieges. Aufmarsch und Truppenstärke, der rechte Flügel der Loire-Mais mit dem XX und 18. Chor verfügte über 60.000 Mann und 138 Geschütze und hatte den Auftrag die Belagerung von Paris zu entsetzen. Hierbei muss aber berücksichtigt werden, dass ein großer Teil dieser Soldaten erst vor kurzem eingezogen wurde bzw. sich gemeldet hatte. Die Loire-Mais-Lit wie alle anderen nach Sedan aufgestellten neuen Großverbände unter einem Mangel an erfahrenen Soldaten, gerade im Bereich der Offiziere und Unteroffiziere. Durch die am 24. November erfolgten Treffen bei La Donne und Messier waren die Deutschen von dem französischen Aufmarsch informiert. Das X-Armee-Chor unter Wugtsrätts bestehend aus hannoverischen Truppen verschanzte daraufhin seine Positionen bei Bonne-la-Rollande. Insbesondere die Stadt selbst wurde, soweit es möglich war, zur Verteidigung vorbereitet. Die weitere Aufstellung der Flügel lehnte sich jeweils an die Stadt an. Wugtsrätts hatte drei Brigaden mit 11.000 Mann und 70 Geschützen zur Verfügung. Kampf um Bonne-la-Rollande Die französischen Angriffe begannen morgens ab 8 Uhr. Es kamen aber nicht sofort alle Einheiten zum Angriff. Insbesondere die Einheiten des 18. Korps kamen erst mit einiger Verspätung zum Einsatz. Die Stadt Bonne-la-Rollande wurde dabei von der 38. Infanteriebrigade unter Generalmajor von Weddell verteidigt auch nachdem der Ort durch Artillerie in Brand geschossen wurde. Trotz der gegnerischen Übermacht gelang es dem X-Chor sich zu behaupten, da die Franzosen nicht zu gleicher Zeit ihre ganze Streitkraft entwickelten. Das X-Chor war schon erschöpft und die vorhandene Munition war nahezu aufgebraucht, als um 4 Uhr nachmittags das 3-Chor unter General Konstantin von Alpensleben zur Unterstützung eingriff. Die 1. Preußische Kavallerie-Division und 4 Bataillone von der 5. Infanterie-Division griffen auf dem linken französischen Flügel an. Die 5. Division ging hier gegen einen ausdrücklichen Befehl zum Halten einer rückwärtigen Stellung vor. Ein Durchbruch war aber auch diesen Verstärkungen nicht sofort möglich, sodass sich die Kämpfe bis zum Einbruch der Nacht hinzogen. Da die Franzosen in allen Abschnitten nicht vorankamen, an einigen Bereichen sogar zurückgedrängt worden waren, befahl General Cousat den Rückzug in den Wald von Orleans. Die erst vor kurzem aufgestellten Einheiten des XX und XVIII. Chor waren bei den Kämpfen stark durcheinander geraten. Auf die bloße Vermutung hin, dass die Preußen bald geschlagen sein könnten, wollte er seine Einheiten nicht riskieren. Die Preußen gingen sofort zur Verfolgung über und konnten weitere Erfolge erzielen. Obwohl der Kampf über mehr als zehn Stunden geführt wurde, sind die im Raum Athena etwa 25 Kilometer entfernt stehenden weiteren französischen Verbände und tätig geblieben und haben es daher den Preußen ermöglicht, die zahlenmäßig weit überlegenen Franzosen nacheinander zu schlagen. Folgen Der geplante Vormarsch auf Paris war nach dieser Schlacht nicht mehr möglich. Die rechte Flanke der Franzosen war geschlagen und bis zur neuen Sammlung nicht mehr einsetzbar. Dort befanden sich jetzt stattdessen preußische Verbände über deren Stärke das Armeekommando keine genaue Information hatte. Da diese Bedrohung beseitigt werden musste, machte die Loarie-Mais eine Schwenkung nach rechts in Richtung auf Pertiviers. Aus dieser Bewegung entwickelte sich am 2. Dezember die Schlacht bei Leunay und Pupray. Auch hier blieben die Deutschen erfolgreich. Diese erhielten dabei laufend Verstärkungen durch die nach dem 23. Oktober 1870 vor Metz frei gewordenen Truppen. Verluste Über die Höhe der Verluste gibt es je nach Quelle unterschiedliche Angaben. Die deutschen Verluste werden recht übereinstimmt mit ca. 38 Offizieren und 817 bis 858 Mann an Toten und Verwundeten angegeben. Der Verlust der Franzosen beziffert Mayers Lexikon auf 1.300 Mann an Toten und Verwundeten und 1.800 Gefangene. Andere Quellen geben hier bis zu 8.000 Mann an. Unter den Toten war auch der junge französische Maler Fréteric Batzille. Untertitelung aufgrund derardi GOT erzählen. Untertitelung aufgrund derardi budgetation. Vielen Dank.